streng geheim und frei erfunden verschwörungen von umberto ecco umberto ecco ist im februar 2016 verstorben wenn fünf jahre später in seinem namen ein buch mit dem titel verschwörungen auf dem deutschen buchmarkt erscheint fragt man sich erst einmal wo das plötzlich herkommt hatte ecco ein buch über dieses thema geschrieben das jetzt posthum erscheint der klappentext des dünnen buches verrät uns das noch nicht sondern erwähnt aktuelle verschwörungstheorien von impfgegnern und spielt auf die kuren und verschwörung an davon war zu ecco lebzeiten noch keine rede aber angeblich habe ecco schon lange die struktur solcher theorien analysiert wenn man das buch dann aufschlägt wird ganz am ende in einer editorischen notiz aufgeschlüsselt dass es sich eben nicht um ein zusammenhängendes werk handelt sondern um die zusammenstellung von drei verschiedenen texten des autors die alle schon einmal in anderer form veröffentlicht waren der erste dieser texte ist ein vortrag ecco aus dem jahr 2015 hier spricht er zunächst über verschwörungstheorien im allgemeinen und erkennt in ihnen einen versuch wichtigen ereignissen einen sinn anzudichten indem man sie sich durch das wirken höherer mächte erklärt ecco zitiert hier karl popper der den quasi religiösen charakter solcher theorien hervorhebt und sie mit der ilias vergleicht dort hatte homer die vorgänge des trojanischen krieges auf das verborgene machtspiel zwischen den göttern zurückgeführt in einer zeit in der man nicht mehr an launische götter glaubt müssen andere höhere mächte als verborgene ursachen für kriege revolutionen und sonstige katastrophen herhalten der verschwörungstheoretiker ist wie der leser der ilias derjenige der die ebene hinter den bloßen nachrichten zu erkennen glaubt auf der die kräfte der alles steuernden mächtigen zum vorschein kommen als eine typische gemeinsamkeit von verschwörungstheorien nennt ecco das herauspicken und miteinander in verbindung setzen von rein zufälligen details ein besonders spektakuläres beispiel sind die vermeintlichen zusammenhänge zwischen den attentaten auf abraham lincoln und john f kennedy lincoln und kennedys wahl in den kongress liegen genau 100 jahre auseinander und dasselbe gilt für ihre wahl zum präsidenten auch die geburt ihrer beiden mörder liegt 100 jahre auseinander zufall beiden präsidenten wurde an einem freitag von einem südstaatler in den kopf geschossen immer noch zufall sowohl lincoln als auch kennedys amtsnachfolger hießen mit nachnamen johnson lincolns sekretär hieß kennedy und kennedys sekretärin hieß lincoln lincoln wurde im fords theater erschossen und der mörder versteckte sich in einem lagerhaus kennedy saß in einem fort lincoln als er erschossen wurde der mörder schoss aus einem lagerhaus und versteckte sich in einem theater alles zufall während aus dieser vermengung kurioser parallelen bisher noch keine echte verschwörungstheorie hervorgegangen ist beschreibt echo noch ein weiteres beispiel aus der eine sehr umfangreiche und berühmte theorie entstanden ist gegen ende des 19 jahrhunderts kam der pfarrer der französischen gemeinde rennes chateau auf die idee im großen stil für die messen geld zu verlangen die er für verstorbene angehörige zu lesen behauptete er verkaufte mehr messen als er überhaupt lesen konnte und wurde deshalb strafversetzt vorher nutzte er aber das eingenommene geld noch um sich in der gemeinde eine villa und einen turm bauen zu lassen weil die gemeindemitglieder nach dem tod des pfarrers nicht mehr wussten und es sich nicht erklären konnten wie er zu so viel geld gekommen war verbreitete sich das gerücht er habe einen uralten geheimen schatz gefunden ein halbes jahrhundert später im jahr 1953 behauptete ein gewisser pierre plantar dass es sich bei dem schatz des verstorbenen pfarrers unter anderem um uralte geheimdokumente der merowinger gehandelt habe zusammen mit spekulationen anderer dubioser individuen und vermischt mit dem durch den nazi schriftsteller otto rahn verbreiteten gerücht die sagenhafte reliquie des heiligen krals sei über die jahrhunderte quer durch europa transportiert worden und befinde sich nun in südfrankreich bildete sich um diesen angeblichen schatz herum eine ausgereifte verschwörungstheorie dieser zufolge war christus nicht am kreuz gestorben sondern hatte mit maria magdalena eine familie gegründet aus der als direkte nachfahren das geschlecht der merowinger und das sogenannte priorat von zion hervorging eine mächtige geheimgesellschaft der neben den fränkischen königen angeblich auch leonardo da vinci isaac newton und victor hugo angehört hatten der heilige graal ist laut dieser theorie kein gegenständliches gefäß sondern er ist eine metapher für die angeblich entdeckten geheimdokumente die belegen wer die wahren nachkommen christi sind also ein gefäß seines blutes im symbolischen sinne es wurden karten und dokumente gefälscht und ein angebliches grab christi irgendwo in südfrankreich ausfindig gemacht um die ganze theorie zu untermauern im jahr 1982 fasste der journalist henry lincoln zusammen mit zwei coautoren diesen ganzen unsinn in seinem buch der heilige graal und seine erben zusammen später verarbeitete den brown die ganze geschichte in seinem im jahr 2003 veröffentlichten roman da vinci code der sich laut angaben des autors auf historische fakten stützte witzigerweise kam es dann zum rechtsstreit zwischen den brown und henry lincoln samt coautoren in dem sich beide parteien selbst widersprechen mussten lincoln warf brown ein plagiat vor was aber nur dann funktioniert wenn es sich bei seinem eigenen buch nicht um historische tatsachen gehandelt hat er gab damit also zu dass seine theorie eine erfindung war brown andererseits behauptete lincoln's buch gar nicht gekannt zu haben was seiner ursprünglichen behauptung widerspricht er habe alle historischen hintergründe seines werkes sorgfältig recherchiert um genau solche vermischungen zwischen fiktionaler literatur und historischen tatsachen geht es auch in echoes zweitem text zunächst stellt echo hier ganz allgemein fest wie schwer die unterscheidung zwischen erzählter realität und fiktion ist autoren die in zeitungen und büchern über tatsachen schreiben bedienen sich derselben erzählerischen techniken die typischerweise roman autoren benutzen und umgekehrt lassen belletristen ihre texte oft so klingen als handelten sie von realen begebenheiten diese vermischung zwischen realität und fiktion entdeckt echo aber auch auf einer tieferen sprachlichen ebene die bedeutung die wir mit einem bestimmten wort verbinden haben wir uns als kinder oder auch später im leben mit hilfe von geschichten zusammen gereimt in denen das wort vorkam es hat dabei keine große rolle gespielt ob diese geschichten war oder erfunden sind auch fiktionale erzählungen prägen so was wir unter begriffen verstehen zum beispiel haben die meisten von uns ihre vorstellung davon was ein wolf oder ein könig ist wahrscheinlich eher mit hilfe von märchenbüchern oder kinderfilmen entwickelt als mit naturkunde oder geschichtsbüchern das mischen von wahrheit und fantasieprodukt ist also normal und oft unvermeidbar echo kommt dann aber zu einem beispiel in dem die komplexe literarische vermengung von fiktion und wahrheit für großen schaden gesorgt hat die sogenannten protokolle der weisen von zion von der entstehung dieser antisemitischen hetzschrift sollte auch echoes letzter roman der friedhof in prag handeln der im jahr 2010 erschien und dem in diesem podcast schon ein eigener beitrag gewidmet ist echoes hier abgedruckter essay wurde erstmalig schon im jahr 1994 veröffentlicht und zeigt gewissermaßen seine theoretische vorbereitung und den roten faden für diesen späteren roman die entstehungsgeschichte der hier untersuchten antisemitischen verschwörungstheorie reicht zurück bis zur auflösung des ordens der tempelritter durch papst clemens den fünften im jahr 1312 seitdem kursierten gerüchte der mächtige orden sei damals in den untergrund gegangen und bestehe als geheim gesellschaft fort zu dieser auf einem realen mittelalterlichen orden basierenden legende mischte sich ab dem 17 jahrhundert der mythos von der zunächst rein fiktiven vereinigung der rosenkreuzer christian rosenkreuz eine frei erfundene literarische figur aus den texten des theologen johann valentin andré wurde von manchen für den realen gründer eines ordens gehalten der sich angeblich mit magie und alchemie beschäftigte nach dieser literarisch legendenhaften vorlage entstand im 18 jahrhundert im umfeld der freimaurer ein tatsächlicher orden der gold und rosenkreuzer der sich dann aber auflösen musste und seitdem ebenfalls als mythos weiter besteht unter anderem berufen sich die schottischen freimaurer laut echo sowohl auf das vorbild der templer als auch der rosenkreuzer nachdem mit diesen mythen also die idee von mächtigen europäischen geheim bünden in die welt gesetzt ist die im verborgenen das weltgeschehen steuern entstehen wilde theorien wie diese geheimen eliten konkret vorgehen und was ihre pläne sind ende des 18 jahrhunderts erscheint zunächst das buch eines abbé baruel das die geschichte der templer und rosenkreuzer aufgreift und dann behauptet die geheimgesellschaft der illuminaten stünde hinter den jakobinern und der französischen revolution über ein kompliziertes wechselspiel in dem andere autoren sich nun auf baruels buch beziehen neue spekulationen mit einflechten voneinander abschreiben und sich von machthabern und geheimdiensten einspannen lassen entsteht hieraus eine detaillierte verschwörungstheorie laut der zunächst die jesuiten und in einer späteren version dann die juden angeblich im verborgenen die weltpolitik kontrollieren dieser mischmasch von theorien gipfelte schließlich in der hetzschrift die protokolle der weisen von zion verfasst von einem unbekannten autor und verbreitet durch den russischen geheimdienst sie schürte einen antisemitismus den im 20 jahrhundert dann die nazis aufgriffen in dieser hetzschrift wird eine szene beschrieben in der sich die weltweit führenden rabbiner bei nacht und nebel auf dem jüdischen friedhof von prag treffen um dort ihre weltherrschaft zu planen ecco weist nach dass diese in den sogenannten protokollen als historische wahrheit verkaufte szene nur leicht verändert aus einem roman namens biaritz abgeschrieben wurde den der deutsche postbeamte hermann goethe kurz vorher unter dem pseudonym sir john redcliffe veröffentlicht hatte goethe wiederum hatte sich bei der erfindung seines schauermärchens an einer szene des romans joseph balsamo von alessandre dumas orientiert die jüdische weltverschwörung ist also am ende ein gemeinschaftliches werk von antisemitischen pseudohistorikern und romanschriftstellern die große lüge bedient sich hemmungslos bei belletristischen vorlagen und wird dadurch erstaunlicherweise nicht weniger ernst genommen im dritten text des buches widmet sich ecco dem etwas leichteren thema der imaginären astronomien und geografien in denen sich nicht böswillige lügen sondern vielmehr irrtum und unwissen mit der wahrheit vermischen an einigen beispielen zeigt ecco wie man sich die erde und den kosmos früher vorstellte also etwa als flache scheibe mit einer vom okeanos eingeschlossenen landmasse unter einem wie ein tabernakel geformten himmel oder auch als kugel auf der man aber laut athanasius kircher keinen allzu hohen turm von babel bauen kann weil sie sonst wegen des gewichts des turmes um ihre eigene achse kippen würde abgesehen von solchen amüsanten vorstellungen verteidigt ecco aber über weite teile des textes das wissen der vergangenen jahrhunderte schließlich war neben dem bild der flachen erde auch die vorstellung eines runden globus schon in der antike im gespräch auch die historischen landkarten auf denen unförmige landmassen zu sehen sind die nicht viel mit der tatsächlichen form von inseln und kontinenten zu tun haben zeigen laut ecco nicht das damalige geografische unwissen sondern beschränken sich oft nur auf das wesentliche für damalige reisende war es schließlich meistens egal wie die italienische küste genau verläuft solange die karte nur zeigt durch welche städte man reisen muss um an sein ziel zu kommen ecco vergleicht diese karten mit heutigen ubahnplänen die sich auch nur auf die information der reisestationen beschränken wenn ecco hier von imaginären astronomien und geografien spricht dann in einem doppelten sinne teilweise geht es tatsächlich um den fiktiven charakter früherer weltbilder als man das unprüfbare noch mit seiner fantasie ergänzen musste aber es geht auch darum wie wir uns heute oft eine eher fiktive als wahre vorstellung davon machen was man früher gewusst und geglaubt hat zu den tatsächlichen irrtümern der damaligen zeit summieren sich unsere missverständnisse bei der interpretation der damaligen schriften und karten die überlieferten weltbilder werden so zum gemeinschaftlichen produkt damaliger und heutiger fiktion am ende muss man es dem hansa verlag also doch nicht sehr übel nehmen dass er einfach drei alte texte zusammengewürfelt hat denn wenn ecco eine umfangreichere abhandlung über verschwörungen und sonstige mythen hätte schreiben wollen dann wären die hier ausgewählten texte vielleicht tatsächlich als vorlage dafür geeignet gewesen einer von ihnen war ja immerhin inhaltlich der vorläufer des romans der friedhof in prag den ecco über eine bestimmte verschwörungstheorie geschrieben hat laut ecco kann man die meisten dieser theorien übrigens dadurch widerlegen dass man sich bewusst macht wie viele verschwörer das angebliche geheimnis für sich behalten müssten die geschichte zeigt dass wichtige geheimnisse immer wieder verraten wurden sei es aus dummheit oder gegen geld und allein das macht eine im verborgenen die welt beherrschende geheimgesellschaft sehr unwahrscheinlich bis auf diesen zeitlosen hinweis hat das buch mit der vermarktungsstrategie des verlages seinen impfgegnern und q anon verschwörern sehr wenig bis gar nichts zu tun aber das ist auch besser so denn umberto ecco's thema ist viel interessanter als diese angeblichen aktuellen bezüge es geht ihm um die vermischung von realität und fiktion in der legenden bildung und in der literatur ecco hat das talent einem sein enormes wissen nicht als schweres gepäck sondern in pointenreichen anekdotischen häppchen mit auf den weg zu geben deshalb ist dieses trotz seiner kürze sehr inhaltsreiche und unterhaltsame buch auch ganz unabhängig von angeblicher aktualität eine empfehlung anton wiroters literature podcast